Moin Leute, ich bin's wieder der Werner und heute zeige ich euch die Taktik hier im 32er Endboss. Ja, als erstes müsst ihr ganz einfach zusehen, dass ihr einen Titan dabei habt, der dann wiederum seine Super komplett voll haben muss und am besten mit Waffen des Lichts. Des Weiteren solltet ihr darauf achten, sieben Schuss in der Galle zu haben und fünf Minuten zu warten, dass ihr dann eine weitere Synthese nehmen könnt. Ja, ich werde euch dieses jetzt mal komplett präsentieren und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich auf einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert diesen Channel und ich sage dann wieder Ciao und haut rein! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!